Warum du aufhören solltest, immer nett zu sein. Oft verwechseln wir Nettigkeit mit Freundlichkeit, mit dem Wunsch, geliebt und akzeptiert zu werden. Doch diese ständige Nettigkeit kann zu einer Falle werden, in der unsere eigenen Bedürfnisse und Grenzen verschwimmen. Viele Menschen wissen diese Nettigkeit auszunutzen, weshalb wir uns tiefgreifend mit dem Thema beschäftigen müssen. In diesem Hörbuch erforschen wir, wie die stoische Philosophie uns lehren kann, authentischer zu leben, indem wir die Maske der permanenten Nettigkeit ablegen. Wir erkunden, wie wir Grenzen setzen können, ohne unsere Integrität zu verlieren und wie wir lernen, Nein zu sagen, ohne Schuldgefühle zu empfinden. Bist du bereit, dich auf eine Reise zu begeben, die dich herausfordert, deine wahren Bedürfnisse zu erkennen und zu ehren? Bist du bereit, die Kunst der Selbstbehauptung zu erlernen und dadurch ein erfüllteres Leben zu führen? Dann lass uns gemeinsam diesen Weg beschreiten. Willkommen bei Stoische Zeiten. Dein Kanal für mehr Gelassenheit, Selbstkontrolle und Lebensglück. Abonniere uns jetzt für noch mehr lebensbereichernde Inhalte. Und um die stoischen Prinzipien aus diesem Hörbuch effektiv in dein Leben zu integrieren, nutze das Tagebuch eines Stoikers, ein praktisches Werkzeug, das dich auf deinem Weg zur Weisheit und Gelassenheit begleitet. Den Link findest du in der Beschreibung. Lektion 1. Die Wahrheit über die Nettigkeitsfalle Verstehe deine Motive. Warum bist du immer nett? Diese Frage mag einfach erscheinen, doch sie birgt die Schlüssel zu deinem wahren Selbst. Stoizismus lehrt uns, dass Selbstbewusstsein und Verständnis der eigenen Motive entscheidend für ein authentisches Leben sind. Beginnen wir mit der Selbsterforschung. Warum wählst du Nettigkeit als deine Maske? Häufig ist es der Wunsch, gemocht zu werden, Konflikte zu vermeiden oder die Angst vor Ablehnung. Diese Motive scheinen zunächst harmlos, können aber zu einem Verlust der eigenen Identität führen. Du opferst deine Bedürfnisse und Werte für die Anerkennung anderer. Stoiker wie Epiktet betonen, dass die einzige Sache, die wir wirklich kontrollieren können, unsere eigenen Gedanken und Handlungen sind. Indem du deine wahren Motive erkennst, kannst du anfangen, bewusste Entscheidungen zu treffen. Bist du nett, weil du es wirklich sein willst oder weil du etwas erwartest? Es geht nicht darum, Nettigkeit komplett abzulehnen, sondern darum, authentisch zu sein. Wenn deine Freundlichkeit aus echten Gefühlen der Fürsorge und des Mitgefühls kommt, ist sie wertvoll. Aber wenn sie eine Maske ist, die du trägst, um Konflikten auszuweichen oder Anerkennung zu bekommen, dann verliert sie ihren Wert. Die Herausforderung dieser Lektion ist es, deine täglichen Interaktionen zu reflektieren. Frage dich bei jeder Handlung. Tue ich dies aus echter Freundlichkeit oder aus einem Bedürfnis heraus, gemocht zu werden? Diese Reflexion wird nicht einfach sein, aber sie ist der erste Schritt, um aus der Falle der permanenten Nettigkeit herauszukommen und ein Leben zu führen, das deinen wahren Werten entspricht. Erinnere dich an die Worte Senecas. Nicht für das Leben, sondern für die Schule lernen wir. Das Leben ist der wahre Test deiner Lektionen. Nutze es, um zu wachsen und zu lernen, statt dich hinter Nettigkeit zu verstecken. Lektion 2 Grenzen setzen Der stoische Ansatz zur Selbstbehauptung Grenzen zu setzen ist eine fundamentale Fähigkeit für ein selbstbestimmtes Leben. Stoiker lehren uns, dass die Beherrschung des eigenen Lebensraums wesentlich für geistige Ruhe und Stärke ist. Doch wie setzt man Grenzen, ohne aggressiv oder passiv zu wirken? Der erste Schritt ist, deine Werte zu kennen. Was ist dir wirklich wichtig? Stoizismus betont die Bedeutung, sich auf das zu konzentrieren, was in deiner Macht steht. Deine Handlungen, Gedanken und Überzeugungen. Wenn du weißt, was dir wichtig ist, kannst du besser entscheiden, wo deine Grenzen liegen. Nehmen wir ein praktisches Beispiel. Jemand bittet dich um einen Gefallen, der dir unangenehm ist. Statt automatisch zuzustimmen, um nett zu sein, frage dich, steht diese Handlung im Einklang mit meinen Werten und Zielen? Wenn nicht, ist es an der Zeit, eine Grenze zu setzen. Du kannst höflich, aber bestimmt ablehnen. Erkläre deine Gründe, wenn nötig, aber erkenne, dass ein einfaches Nein oft ausreicht. Wichtig ist auch die Kommunikation. Stoiker wie Markus Aurelius lehren uns, dass klare und ehrliche Kommunikation essentiell ist. Sei direkt, aber respektvoll. Vermeide aggressive oder passive Sprache. Deine Worte sollten deine Selbstachtung und den Respekt für andere widerspiegeln. Eine häufige Herausforderung beim Setzen von Grenzen ist die Angst vor Konflikten oder Ablehnung. Es ist wichtig zu erkennen, dass das Setzen von Grenzen nicht gleichbedeutend mit Konflikt ist. Es ist vielmehr ein Ausdruck von Selbstachtung und Klarheit. Und nicht jede Ablehnung ist negativ. Sie kann auch eine Gelegenheit zur Selbstreflexion und zum Wachstum sein. Zum Abschluss dieser Lektion lade ich dich ein, eine praktische Übung zu machen. Überlege dir eine Situation, in der du kürzlich eine Grenze hättest setzen sollen, es aber nicht getan hast. Reflektiere, wie du hättest handeln können und übe eine klare, respektvolle Kommunikation. Erinnere dich dabei an die Worte Epictids. Nicht die Dinge selbst beunruhigen die Menschen, sondern ihre Vorstellungen davon. Lerne, deine Grenzen zu setzen und deine Vorstellungen zu beherrschen, um ein freieres und authentischeres Leben zu führen. Lektion 3 Übernehmen, Ablehnung Ich bin sicher, du findest jemanden, der hervorragend passt. Positiv Es ist auch wichtig, sich nicht zu übererklären. Ein einfaches Nein ist oft ausreichend. Du bist niemandem eine Rechtfertigung für deine Entscheidungen schuldig, solange du respektvoll und ehrlich bleibst. Die Übung für diese Lektion Denke an eine kürzliche Situation, in der du Ja gesagt hast, obwohl du Nein sagen wolltest. Übe, wie du in dieser Situation hätte ablehnen können. Erinnere dich dabei an die Worte Mark Aurels. Es ist nicht die Last, die dich niederdrückt, sondern die Art, wie du sie trägst. Lerne, deine Lasten sorgfältig zu wählen, indem du lernst, effektiv Nein zu sagen. Lektion 4 Authentizität vs. Nettigkeit Finde dein wahres Ich Authentizität ist ein zentrales Thema im Stoizismus. Es geht darum, dein wahres Selbst zu leben, anstatt eine Rolle zu spielen, die anderen gefällt. Dieses Kapitel konzentriert sich darauf, wie du dich von der Oberflächlichkeit der Nettigkeit lösen und ein authentischeres Leben führen kannst. Zunächst ist es wichtig zu verstehen, dass Authentizität nicht bedeutet, immer direkt zu sagen, was du denkst. Es geht darum, in Übereinstimmung mit deinen Werten und Überzeugungen zu handeln. Wenn deine Handlungen und Worte deine wahren Gefühle und Gedanken widerspiegeln, bist du authentisch. Eine Herausforderung auf dem Weg zur Authentizität ist die Angst vor Ablehnung. Es ist natürlich, gemocht werden zu wollen, aber wenn dieses Bedürfnis deine Entscheidungen bestimmt, verlierst du dich selbst. Freiheit bedeutet hier, nicht von der Meinung anderer abhängig zu sein. Eine praktische Übung, um Authentizität zu fördern, ist das tägliche Selbstreflexionsjournaling. Schreibe jeden Tag auf, in welchen Situationen du authentisch warst und wo du nur nett warst, um Konflikte zu vermeiden oder Anerkennung zu bekommen. Dies hilft dir, Muster in deinem Verhalten zu erkennen und bewusstere Entscheidungen zu treffen. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist es, deine Stärken und Schwächen zu akzeptieren. Authentizität bedeutet, sich selbst in seiner Gesamtheit zu akzeptieren, mit allen Stärken und Schwächen. Dies erfordert Mut und Selbstakzeptanz, ist aber der Schlüssel zu einem wahrhaft authentischen Leben. Zum Abschluss dieser Lektion möchte ich dich ermutigen, deine eigenen Werte zu definieren und zu leben. Frage dich, was ist wirklich wichtig für mich? Wie kann ich meine Werte in meinem täglichen Leben ausdrücken? In dem du diese Fragen beantwortest, beginnst du den Weg zu einem authentischeren, erfüllteren Leben. Lektion 5 Stoizismus im Alltag Umgang mit Konflikten und Kritik Stoizismus im Alltag bedeutet, Gelassenheit und Rationalität in den Mittelpunkt deines Handelns zu stellen, besonders in Konfliktsituationen. Dieses Kapitel zeigt dir, wie du stoische Prinzipien nutzen kannst, um effektiv mit Konflikten und Kritik umzugehen. Konflikte sind unvermeidlich, aber die Art und Weise, wie du auf sie reagierst, bestimmt, wie sie sich auf dein Leben auswirken. Stoiker wie Markus Aurelius lehren uns, dass es nicht die Ereignisse selbst sind, die uns stören, sondern unsere Sichtweise auf diese Ereignisse. Wenn du dich in einer Konfliktsituation befindest, nimm dir einen Moment Zeit, um zu atmen und deine Gedanken zu sammeln. Frage dich, was kann ich in dieser Situation kontrollieren? Oft ist es nur unsere eigene Reaktion. Ein praktisches Beispiel. Du erhältst kritische Rückmeldung bei der Arbeit. Anstatt defensiv zu reagieren, höre zu und überlege, ob die Kritik gerechtfertigt ist. Wenn ja, nutze sie als Chance zur Verbesserung. Wenn nicht, lass sie los, ohne dich aufzuregen. Denke daran, dass nicht jede Kritik persönlich gemeint ist. Die Kommunikation ist auch hier entscheidend. Sei klar und direkt, aber auch einfühlsam und respektvoll. Vermeide emotionale Reaktionen. Stattdessen antworte mit Logik und Ruhe. Dies zeigt nicht nur Reife, sondern hilft auch, die Situation zu entschärfen. Eine weitere wichtige Übung im Umgang mit Konflikten ist die Selbstreflexion. Frage dich nach einem Konflikt. Was habe ich aus dieser Situation gelernt? Wie kann ich in Zukunft besser reagieren? Diese Art der Reflexion hilft dir, aus Erfahrungen zu lernen und dich als Person weiterzuentwickeln. Zum Abschluss dieser Lektion möchte ich dich ermutigen, Konflikte nicht als Hindernisse, sondern als Gelegenheiten zu sehen. Sie sind Chancen, um Geduld, Verständnis und Selbstbeherrschung zu üben. Erinnere dich an die Worte Epiktets. Es ist nicht das, was dir passiert, sondern wie du darauf reagierst, was zählt. Nutze Konflikte als Gelegenheiten, um deine stoischen Fähigkeiten zu stärken und zu wachsen. Lektion 6. Emotionale Unabhängigkeit Die Kunst, sich nicht alles zu Herzen zu nehmen In der stoischen Lehre ist emotionale Unabhängigkeit essentiell für ein ausgeglichenes Leben. Dieses Kapitel leitet dich an, wie du emotionale Resilienz entwickelst, um stabil und zufrieden zu bleiben, selbst wenn das Leben herausfordernd wird. Die Fähigkeit, Ereignisse neutral zu betrachten, ist grundlegend. Nehmen wir ein alltägliches Beispiel. Jemand äußert eine verletzende Bemerkung. Anstatt sofort emotional zu reagieren, halte einen Moment inne. Frage dich. Warum gebe ich diesen Worten so viel Macht über meine Gefühle? Du besitzt die Kontrolle darüber, wie du antwortest. Deine Interpretation und Reaktion sind entscheidend, nicht die Worte selbst. Die tägliche Reflexion ist ein wirksames Instrument, um emotionale Unabhängigkeit zu kultivieren. Widme dich am Ende jedes Tages der Überlegung, wie du auf verschiedene Situationen reagiert hast. Überprüfe, ob deine Reaktionen angemessen waren und ob du dich von deinen Emotionen hast leiten lassen. Diese Selbstbetrachtung fördert ein tieferes Verständnis deiner emotionalen Muster. Akzeptiere, dass vieles außerhalb deiner Kontrolle liegt. Viele Dinge, wie das Verhalten anderer oder unvorhergesehene Ereignisse, können wir nicht beeinflussen. Die Akzeptanz dessen, was du nicht ändern kannst, und die Konzentration auf das, was du kontrollieren kannst, nämlich deine eigenen Reaktionen, führen zu größerer emotionaler Stabilität. Betrachte emotionale Unabhängigkeit als einen fortlaufenden Prozess, nicht als ein endgültiges Ziel. Es ist eine stetige Entwicklung. Denke an Marc Aurels Worte. Du hast Macht über deinen Geist, nicht über äußere Ereignisse. Erkenne dies, und du wirst Stärke finden. Nutze diese Weisheit, um tiefe emotionale Unabhängigkeit und innere Ruhe zu erlangen. Langfristige Veränderung und Konsistenz sind wesentliche Bestandteile der stoischen Praxis. In diesem Kapitel erforschen wir, wie du dauerhafte Veränderungen in deinem Leben etablieren und stoische Prinzipien konsequent anwenden kannst. Die Veränderung beginnt mit kleinen Schritten. Es ist nicht notwendig, dein ganzes Leben über Nacht umzukrempeln. Stattdessen konzentriere dich auf kleine, machbare Veränderungen in deinem Alltag. Sei es, dass du dir jeden Tag Zeit für Reflexion nimmst, bewusster Nein sagst oder in schwierigen Situationen bewusst innehältst. Diese kleinen Schritte summieren sich im Laufe der Zeit und führen zu bedeutenden Veränderungen. Disziplin ist der Schlüssel zur Konsistenz. Stoizismus lehrt, dass Disziplin nicht Einschränkung, sondern ein Weg zur Freiheit ist. Indem du diszipliniert deine stoischen Praktiken ausübst, entwickelst du eine stärkere Selbstkontrolle und geistige Klarheit. Erinnere dich jeden Tag daran, warum du diese Praktiken ausführst und welchen Nutzen sie dir bringen. Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Anpassungsfähigkeit. Sei bereit, deine Methoden und Ansätze zu ändern, wenn sich deine Umstände ändern. Das Leben ist dynamisch und erfordert oft Flexibilität. Bleibe deinen stoischen Prinzipien treu, aber sei offen für neue Wege, sie in deinem Leben umzusetzen. Zum Abschluss dieser Lektion lade ich dich ein, über deine bisherigen Fortschritte nachzudenken und dich selbst für deine Beständigkeit zu loben. Langfristige Veränderung erfordert Zeit und Geduld. Erinnere dich an die Worte Senecas. Nicht der Besitz, sondern die Nutzung unserer Kräfte ist das Glück. Dein Engagement und deine Ausdauer in der Anwendung stoischer Prinzipien sind das wahre Zeichen deines Fortschritts und deiner Entwicklung. Schlussgedanken In unserer Reise durch das Hörbuch »Hör auf, nett zu sein« haben wir die Tiefe und Praxis des Stoizismus erforscht, um ein authentischeres und selbstbestimmteres Leben zu führen. Von der Erkenntnis über die Fallen der permanenten Nettigkeit bis hin zur Kunst des Neinsagens, dem Setzen persönlicher Grenzen und der Entwicklung emotionaler Unabhängigkeit haben wir zahlreiche Aspekte betrachtet, die für ein erfülltes Leben essentiell sind. Dieser Weg ist nicht immer leicht. Er erfordert Mut, Ehrlichkeit zu sich selbst und die Bereitschaft, sich Herausforderungen zu stellen. Doch die Belohnung ist ein Leben, das in Einklang mit deinen wahren Werten und Überzeugungen steht. Ein Leben, in dem du dich nicht länger verstellst, um anderen zu gefallen, sondern indem du deine eigene Persönlichkeit voll und ganz auslebst. Wir haben gelernt, dass Selbstbehauptung nicht bedeutet, aggressiv oder egoistisch zu sein. Es geht darum, deine eigenen Bedürfnisse, Werte und Grenzen zu kennen und zu respektieren. Es geht darum, authentisch zu sein, auch wenn das bedeutet, manchmal unbequem oder unpopulär zu sein. Denke daran, dass jede Veränderung Zeit braucht. Sei geduldig mit dir selbst und erkenne jeden Schritt an, den du machst, auch wenn er klein erscheint. Jede Anstrengung, die du unternimmst, um authentischer zu werden, ist ein Schritt in die richtige Richtung. Ich lade dich ein, das Gelernte nicht nur als Wissen zu betrachten, sondern es aktiv in deinem Alltag umzusetzen. Nutze das Tagebuch eines Stoikers, um deine Fortschritte zu dokumentieren und dich selbst zu reflektieren. Und vergiss nicht, um Unterstützung zu bitten, wenn du sie brauchst, sei es durch ein Abonnement dieses Hörbuchs oder indem du dich mit Gleichgesinnten austauschst. Zum Abschluss möchte ich dich ermutigen, weiter auf deinem Weg zu bleiben, deine Reise fortzusetzen und die stoische Weisheit als Kompass zu nutzen, um ein Leben voller Authentizität und Selbstbehauptung zu führen. Ich hoffe, diese Lektionen bereichern dein Leben. Bis zum nächsten Video. Untertitelung des ZDF, 2020